da hat man schon so dermaßen viele stärkere gegner gehabt da hat mich das turnier fast enttäuscht so viel zu einfach ich glaube einfach nur weil du das halt quasi im kapitel machen musstest haben sie das einfach sich dachte bevor man leute abschrecken damit einfach einfacher machen damit rechne ich jetzt irgendwie Jetzt mal nicht so vorschnell, meine Lieben. Ich fordere ein Duell. Oh. Reds? Oh. Mein Gott. Nein. Red? Da will doch tatsächlich jemand unter dem Schöpflein-Low. Red. Was hat unser Wunsch, nur in Gehör her. Und was hat unser Mr. X überhaupt zu bieten? Die Luftknisterrohr-Spannung. Oh. 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 In dieser Kluft bin ich perfekt getappt. Einfach nicht, in welcher Welt lebst du? Vielleicht durchschaust du meine Tarnung, alter Freund. Die anderen jedoch nicht. So schmatzenig, däppert. Aber geil. Ist doch egal. Trittst du jetzt gegen mich an, Cloud? Oder willst du knallen? Verzichte dankend. Für heute habe ich mehr als genug. Cloud, los jetzt. Du schaffst das, Red. Was für interessante Tarnung plötzlich. Red. Aber ich hoffe, ich kriege jetzt diesmal was. Dass wir rein den Dash spielen. Vielleicht Red als Soldat, als Karte. Das wär's. Tragen wir es ab. Alter, wie so ein Five-Tees-Duell. Oh mein Gott, wie geil. So geil. Jetzt bin ich gespannt dafür. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss er liefern. Er muss jetzt wirklich liefern. Er muss jetzt echt liefern. Er muss jetzt echt liefern. Ich hab mir zwar was anderes erwartet. Das ist aber nicht so tragisch. Ja, geht trotzdem in Ordnung. Ich hab jetzt mal ne Strategie aufgebaut, grad wie ich ihm ein bisschen mehr mache. Bissl ist gut gesagt. Bissl ist sehr gut gesagt. Da hab ich irgendwie gehofft, ich kann ihn jetzt ficken. Oh, wieder viel zu einfach. Wieder viel zu einfach, Digga. Viel zu einfach. Ärgert mich. Ärgert mich. Viel zu einfach mal wieder. Das geht einmal gore nicht. Fix. Extra plus, Leute. Ist er extra plus? Wieso nicht? Ich weiß, was wir nicht noch so alles kriegen. Das ist Karte. Oh, Fickerei. Und wie immer sind wir nicht zurückhaltend. Hehehe. Ui, 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 ui. So, da hab ich auch mal. Achso, ja, da hab ich auch wieder fettes Minus-Schesse. Ein wildes Tier ist am gefährlichsten, wenn es in die Enge getrieben wird. Na, warten wir mal ab. Mhm. Mhm. Das könnte funktionieren. Ich halte mich nicht zurück. Joa. Das ist plus, Digi. Wenn es in die Enge getrieben wird. Vielleicht kriegen wir noch eine Karte, die was vielleicht plus zwei hat. Das wäre nicht schlecht. Das wäre super. Ja, passt, ja, da müssen wir, ja, da müssen wir stoppen. Trotzdem 17 und 16, nicht? D, aber da, wo es wüsst, wo es wüsst, mehr oder? Perfekt. Wieder komplett rasiert, komplett rasiert. Wahnsinn. Ich räume meine Niederlage ein. Du bist wirklich stark, Cloud. Du aber auch. War ein gutes Spiel. War ein geiles Spiel. Du dir das alles beigebracht. Ein Jäger spät seine Beute aus, bevor er zum Angriff ansetzt. Ich habe die Partien hier beobachtet. So habe ich die Regeln und Kniffe gelernt. Verstehe. Hat er gut funktioniert? Oh, mit Ansage. Hahaha, geil. Mit seiner Finesse hat man uns alle verzaubert. Und hier diese Prophäe mehr als Berlin. Erfnigen Glückwunsch. Na, schau mal, wenigstens haben wir irgendwas gekriegt. Ich habe ein paar neue Karten und so. Hör, wenn es am schönsten ist, nicht wahr? Das Turnier ist hiermit beendet. Wir bedanken uns herzlich bei allen Cadoreros und Toreras, die teilgenommen haben. Unsere Fahrt nach Costa del Sol verläuft planmäßig. Bitte genießen Sie auch den Rest Ihres Aufenthalts an Bord. War doch lustig, oder? Ja, schon. Mit dir habe ich nicht gerechnet. Ich konnte mir doch das Turnier nicht entgehen lassen. Ja, zum Glück. Und jetzt, falls jemand von die Fähre ankommt? Ja, schon, Alter. Geil. Dann sollten wir uns mal eine Runde aufs Ohr hauen. Ich für meinen Teil bin jedenfalls hundemüde. Ja. Dinger, wir schauen, Alter. Bistot der Eppert, Alter. Ha, aber, Alter. Oh, geil. Mich würde es aber trotzdem jetzt interessieren. Okay, wir haben zwar jetzt preis dies, dies, das jenes, aber kann ich jetzt da vielleicht auch ein bisschen reinhupfen? Das würde mich jetzt aber interessieren. Hier geht es zu den Kabinen der ersten Klasse. Du, das haben wir beschrieben. Ja, okay, passt. Hat sich dann erledigt. Wollte nur sicher gehen, dadurch, dass wir eh auch gewonnen haben und alles drum und dran. Hätte mich einfach nur interessiert, ob man da vielleicht nicht... Doch, hätte er vielleicht was machen können. Kann ich nicht vielleicht sogar noch mit dem einen oder anderen reden? Das wäre super. Schnell, Frank. Ha. Vielleicht muss ich ja einfach nur mal auf die Leute warten. Alter, die Musik erinnert mich so. Der war es dann am Pokémon gerade. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ha, ha, Red. Ja. Kann ich mich noch mit denen unterhalten? Nicht. Das würde mich noch interessieren. Vielleicht muss einmal auch jeder an seinem Platz und dann vielleicht, dass man da vielleicht was machen kann. Bei Wendan Dencho würde ich mich schon gerne auch ein bisschen kurz unterhalten oder irgendwas in der Richtung. Weil das wäre schon geil. Aber ich glaube, man kann nur schlafen gehen. Weißt du, weil sonst verpasse ich vielleicht eine Interaktion und das wäre dann auch wieder ein Arsch. Na, kannst gar nichts machen. Ich hätte gerne mit einer gequatscht noch. Ganz kurz, ein kleines, kurzes Gespräch mal wieder. Hätte ich schon sehr gefeiert. Weil jetzt ist mir eh wieder die Ruhe vor dem Sturm und da kannst du ja wieder wissen. Das ist ja wieder das. Da hättest du wenigstens ein bisschen kurz mit denen quatschen können mit den Leuten und alles drum und dran. Aber ich hab das schon genossen, das Turnier. Das war schon cool. Hier spricht ihr Kapitän. Oh, oh. Oh, oh. Militärpersonal. Das sind wir. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was geht's? Also das wäre geil. Irgend so ein fettes, riesiges Monster oder so, was wir bekämpfen vielleicht sollten. Wäre schon geil. Wäre schon mal geil. Ich muss mal ganz kurz abchecken, ob ich nicht doch vielleicht sogar irgendwo rein kann. Jetzt so im Nachhinein. Naja, ich sehe, ich glaube, die machen wieder alles zu, die Hunde. Scheiße. Ja, ich habe es gewusst. Die Partie habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Passt. Ich muss aber trotzdem halt nur ganz kurz den einen oder anderen einmal einstellen. Sagen wir es mal so. Weil dieses Team habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Schon sehr, sehr lange nicht mehr. Okay, passt. Präzision, Glut, Automatik. Weil binden können wir halt noch nicht. Das finde ich schon mal definitiv nicht schlecht. Topsin. Leider braucht er ein bisschen mehr. Der braucht definitiv ein bisschen mehr. Nehmen wir es sicher, zahlbar. Was ist denn da? Was ist Widerstand? Ah, okay. MP, Einsparung, Stehlen. Ja, das ist sowieso alles unnädig. Eher noch. Das trifft sich eh gut. Wenn die auch den automatischen Hasen machen. Ja, dann nimm, nimm Gewitter. Dann nimm sicher zwar bei Gewitter. Air Rift, die sollte. Gewitter und Luft. Die macht eh auch diesen automatischen. Und sie hat auch Heilung. Bast. Gewitter, Luft. Dann cloudert eh auch Feuer und Frost. Auch wichtig und richtig. Und er hat auch noch zusätzlich Gewitter. Weil gerade wegen dem Wasser, Blitz und die ganze Scheiße. Ich glaube, das wird schon passen. Ich glaube, das ist okay. Erst recht, wer weiß, was da für eine fette Kreatur auf uns zukommt. Das ist ja wieder das Nächste. Achso, das andere Viech kennen wir eh schon. Ja, die, die käme. Ich habe mir doch, da kommt jetzt ein richtiges, monströses Viech. Wo wir quasi schon ein bisschen Angst haben müssen. Ein bisschen einteilen müssen, in was für eine Richtung wir gehen. Aber die gehen ja eh. Die sind ja nicht so tragisch. Die ist ja am wenigstens nicht so tragisch. Nur ein bisschen aufpassen. Vielleicht einmal kurz ausweichen und tschüss. Machen wir mal kurz Schwertsturm. Ich sehe noch da ein Ergebnis. Oh, ich dachte, der muss noch kommen. Der andere müsste noch kommen. Das ist ja das. Einmal kurze Windverketting mal. Wird mich interessieren. Wenn es geht. Oder auch nicht. Okay, das passt einmal rein. Windverketting ist ja schon mal Arsch. Eisverketting. Eisverketting ist auch Arsch. Gut zu wissen. Sehr, sehr gut zu wissen. Passt. So, dann würde ich mal sagen, machen wir wieder Schwertsturm. Bam, bam, bam. Dann würde mich interessieren, was ist die Schwachstelle, damit ich sie vielleicht nutzen kann. Nach Ende des Kontrauts setzen alle gleichzeitig Gelände schreien. Da sie nicht in den Schockzustand gebracht werden können, ist die beste Vorgehensweise, sie nacheinander zu eliminieren. Okay, gut zu wissen. Das kriegen wir eh nur da. Das kriegen wir eh nur da. Und tschüss. So scheiße. So scheiße geht der Havala. Ah, gut zu wissen. Dann machen wir ein bisschen wieder Schwert hin. Es steht, dass der Havala ausweicht. Ich brauche aber eh die Leistung, mein Freund. Ich brauche die Leistung eh. So. Erstmal tun wir wieder Schwert, damit die alle anderen wieder gefickt sind. Wiebel. Auf einen Gegner. Passt. Und jetzt gesagt, kommt sie. Sie könnte. Ja. Ja. Gibt man sich vielleicht ein bisschen darauf konzentrieren können. Genau. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sie sind eh noch im Zweiermodus. Also dementsprechend nicht so schlimm. No. Aber ich erwarte mir was Großes. Großer, starker Gegner. Der hat ja geholfen. Vom Feinsten hat er noch super. Es war ja gar nichts. Es war ja wirklich gar nichts. Ich mag das schon, Burle. Ich mag das schon. Du kannst es ja nicht. Es wird ja nichts, wenn du es dumm magst. So, gleich mal Schwertsturm. Äußere kannst du sonst wie Ischir, mein Freund. Würde ich auch sagen. Und jetzt. Rein mit uns. Geht's dir eh gut? Ist irgendwas rein der Wack. Geht's dir eh gut, Chefe? Na dann, let's go. Da kann ich ein bisschen was extra ersammeln, oder? Die Tiefer. Sehr gut. Dann können wir dann wenigstens kurze Pause machen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil dann tun wir ganz kurz wieder beim Brädel und dann Tschüss-Papa. Hätte ich gesagt. Komm nicht wieder von. Und Schuss. Mhm. 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 Theoretisch gesehen, können wir jetzt eigentlich die Leiste nicht aufheben. No. No, no, no. Die Leiste wollen wir nicht aufheben. Ah, jetzt wo ich genau dann die Scheiß-Denkung verlasse, muss der natürlich diesen Angriff machen. Das pisst mich an, Digi. Und der Kapitän? Der wollte Waffen holen. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Ah, wir gehen jetzt einmal schlafen. Ah, wir gehen jetzt einmal schlafen. Da ist wieder einmal nichts mit dem Käpt'n. Ein Käpt'n kann jetzt einmal schäuze gehen. Die wollten es aber auch unbedingt da drin wissen. Ich wollte gerade sagen, können die überhaupt mehr gehen? Oh. Was fräsen die da bitte auf? Das sagen die ja wortwörtlich aus. Die ganze Seele? Oder wie jetzt? Also das, was doch von einer übrig geblieben ist. Oh, oh, oly mauli. Okay, okay. Ich muss einmal... Ich muss einmal definitiv kennenlernen. Ja, perfekt. So, dann würde ich sagen... Tiefe... Achso, tiefe... Achso, sie ist doch geschockt. Pass, dann machte ich einmal Flammenblitz. Wenn ich einmal Flammen... Wenn... Wenn einmal... Was machen darf? Dann schaut's wieder ganz, ganz anders aus. Ja, da geht ein bisschen was weiter. Da geht wenigstens dann ein bisschen was weiter. Immerhin. So, jetzt bist du ex-schockt. Nehme ich einmal Flammenblitz. Sicher, sicher. Und tschüss. Wow. Tiefe kann aber auch einmal kurz mitmachen. Meiner Meinung nach. Das wäre sogar relativ gut, wenn die mitmacht. Wenn sie... Was macht. Wenn sie was macht. Kann es vielleicht sein, dass diese Fiecher genau hinter denen her waren? Hm. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Was ist das bitte für ein Viech? Geschlecht ist schon wie wir da haben. Lange nicht mehr gesehen. Die Ungeheuer haben begonnen, äh, mit Passagieren zu verschmelzen. Mit Männern in schwarzen Roben. Hm. Und die Sicherheitsbehörde meinte, ich solle ihnen davon berichten. Hä? Hä? An dem sie da teilhaben dürfen. Und selbstverständlich brauchen wir schleunigst eine Probe davon. Was also soll ich tun? Hm? Hm. Wenn sie mich bei meinem kleinen Experiment tatkräftig unterstützen, bekommen sie ein hübsches Plätzchen in meinem Labor. Also, ich bin gespannt, ob er wieder der Boss am Ende des Tages wieder sein könnte. Das kann ich mir schon relativ gut vorstellen. Okay, da kann ich nicht rein. Was denn? Gleich wieder ein Stierl. Gleich unbedingt wieder ein Stierl. Weil wir könnten ja wieder was verpassen. Der Typ in schwarz, der super. Na warte, Barret, bleib ruhig, ich komme ja eh schon, oder? Der macht schon wieder einen Stress. Er macht schon wieder einen Stress, oder? Der Hund. Ja, Wahnsinn, oder? Na, Wahnsinn. Es geht eh nicht um deine Kleine. Deine Kleine geht sehr gut. Es könnte ja irgendwo eine Kiste geben. Na, hallo, Chefe hinter dir, Chefe hinter dir, Chefe hinter dir. Ja, reden lieber, reden. Ja, der ist aber wirklich krank, also. Das haben wir nicht ab, also. Jetzt haben wir nicht einmal versucht. Au, die Dinger sind auch mal wieder am Start. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber beide können sich nicht bewegen. Scheiße. Ich würde mal beginnen mit den Verkettungen. Safe. Dass ich das einmal hinter mir habe. Einfach mal mit Verkettung hier, Verkettung da. Und dann Tschüss, Baba. Sehr gut. Schöne Schwäche. Schöne Schwäche hat der Kapp, der Havara. Das ist gut. Selbst mit dem Blocken, wenn ich das ehrlich gesagt habe, ist nichts. Aber wurscht. Ich mache einfach Flammenblitz und Tschüss, Baba. Ich habe ein bisschen Feuer, und dann ist eh schon wieder in Arsch daheim. Ich bin jetzt interessiert. Der ist jetzt aber interessiert, ob er mich kriegt. Wurscht. Wenn ich auch Feuer machen kann, dann mache ich... Also, eins haben wir schon probiert gehabt. Schau das aus mit Wind. Und mit Wind geht noch weniger. Mit Wind geht noch weniger. Das ist Arsch. Ich würde mal sagen, Impuls. Nein, nicht. Nein, mit Impuls geht auch nichts. Arsch, dann mache ich aber mit ihr weiter. Lauf geschissen. Aber wenn ich mit ihr weiter mache, dann ist er wenigstens viel schneller geschockt. Viel, viel schneller. Ja, genau, Digga. Sehr gut. Ja, das sieht gleich ganz, ganz anders aus. Oh, neue Waffen. Zeig ich mir her. Vielleicht mir da was geschehen. Bitte aber jetzt auch wirklich diesmal eine neue. Kaiserhände. Ja, wenigstens eine neue Waffe. Ich hätte sie zwar trotzdem gern für Cloud, oder aber was weiß. Aber hey, wir tiefer. Ach mal, wenn ich etwas Neues. Gut. Übermacht. Kombi mit normalen Angriffen ausführen. Aha. Hört sich schon mal sehr, sehr interessant an. Was hast du denn da schönes? Wenn nicht länger die Effekte dauert, als du da... Ja, das automatische Deaktivieren. Entfesslung. Magische Attacken. TP. Verringert bei erfolgreichen Blocken den Schaden durch magischen Angriffen. Ja, da würde ich eher sowas nehmen. Aber geht mehr ins Magische, habe ich so das Gefühl. Geht mehr Richtung... Geht mehr in die Richtung des Magischen. Aber ist okay. Ist okay. Probieren wir es einmal aus. Schaut einmal interessant aus. Schaut einmal definitiv interessant aus. Finde ich gut. Aber mit den normalen Angriffen und alles drum und dran wird es sich dann eh auch zeigen nach einer gewissen Zeit. Ob das gut, ob das schlecht ist, ob das leihrend ist, ob das nicht leihrend ist. Aber wenn ich da schon wieder meine Verkettung sehe, oder die Steppe hat meine eisige Verkettung, dann sind die mal wieder dezent im Arsch daheim. Da sind sie mal wieder so richtig schön am Arsch daheim. Ja, 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 ja. Gleich immer wieder die nächste eisige Verkettung. Damit der andere Peret auch richtig schön am Arsch ist, dann sind sie es eh schon. Ich würde es trotzdem gerne sie benutzen. Ah, von mir, weil ich es kaum. Da kommt eh schon mal eine stärkere. Ja, ja, der gönnt sich schon wieder den nächsten. Ein Wahnsinn. Ich renne eh schon. Ich renne eh schon. Das ist ein Stil, das muss ich aber trotzdem. Nehmen wir aber sicherheitshalberhaus. Ja, wäre besser. Wäre besser, wenn wir wenigstens ein bisschen was nehmen. Das ist ein Witz. Das ist auch wirklich ein Witz, die Heutränke sammelt ab. Boah, komplett für den Arsch. Na, wem gönnt sie denn jetzt als nächstes? Ah, du hörst, du gönnt sie anscheinend sehr, sehr gut. Ich habe gerade knuspern wieder. Bist, der gönnt sie raus samm den Knochen, glaube ich. Weißt nicht, dass er hingeht, der schaut einfach zu. Er schaut einfach zu. Ich wäre beinahe hingegangen, schon längst. Ich würde mich aber trotzdem hin... Oh. Das ist Arsch. Der kann einfach mal... Okay? What the fuck? Mach mal Isaac. Okay, Isaac bringt einmal nix. Mach einmal Wind. Aber nur damit ich alle Verkettungen nochmal hab. Passt. Vielleicht mit ihr, dass ich vielleicht irgendwas mit ihr vielleicht machen kann. Ich kann nicht mal ihn schlagen mit ihr. Schlimm, schlimm, schlimm. Oh. Oh. Let's go. Du steppert. Nicht schlecht. Echt nicht. Das habe ich jetzt echt extrem gefeiert. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Mhm. Mhm. Musst du dir vorstellen, ich mache jetzt noch auf Entfesselung oder irgendwas. Damit der Havara noch schneller geschockt ist. Bis der Eppert. Nicht schlecht. Das kleine Stück. Das kleine Stück. Gib mir. Perfekt. Geil Mutangriff. Tschüss. Zieh mal gleich die nächste Fähigkeit. Überwacht. Und tschüss, Baba mit ihr. Feier ich. Feier ich gerade. Also die... Die Handschuhe, die kennen was. Waren vielleicht aber auch nur ein bestimmter Zufall. Vielleicht... Vielleicht... Ist das halt so bei dem jeweiligen Gegner. Aber glaube ich gerade nicht. Das war echt... Das war echt geil. Das war... Barrett. Oder Barrett nimmt schon wieder alles auseinander. Wahnsinn, Post vielleicht sogar jetzt in dem Kapitel. Vielleicht können Sie uns jetzt ein bisschen einheizen mit Sturm. Das kann gut möglich sein. Wenn ich mir das kaufen kann, das heißt, eh schon wieder alles. Da geht glaube ich nicht zu. Das hat es vergessen. Das Scheiß-System. Das haben wir nicht. Aber das ist wirklich so ein Scheiß-System. Das habe ich früher so dermaßen gemocht. Mit der Waffe. In was für eine Richtung ich aufstufen möchte. und alles. Und das finde ich jetzt in dem Teil eher schlecht gemacht. Schlecht gemacht. Wirklich schlecht gemacht. Ich finde es nicht gut. Ich finde es halt geil mit den Synchronangriffen und alles drumherum. Das hätte ich gerne separat irgendwie. Step oder die stehen da? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Da ist einer aber ganz bestimmt da. Ja, ja, ja. Pflicht, sie unschädlich zu machen. Scheiße. Muss seine Passagiere beschützen. Hat nicht vorher noch einer? Das ist noch vorher einer Tag stand. Oh oh. Äh, knabbern die jetzt an den anderen oder wie jetzt? Oh oh. Oh oh! Ooh! Ooh. Wo ist denn es? Ich 1970 es Autobrufe Ich liebe dich annehmen, um den Menschen zu täuschen. Gütig, mal murchtentflößend. Wie es gerade nötig war, und es hörte auf den Namen. Gentleman. Oh, scheiße, nicht schon wieder dieses Viech. Oder wir haben schon mal so ein ähnliches Viech bekämpfen müssen. Will ich mir nochmal an. Wir haben, glaube ich, so ein ähnliches Viech bekämpfen müssen. Alter, geht uns jetzt... Ja, der ist ein wenig an Sturm die ganze Zeit. Wahrscheinlich. Das Ding darf uns nicht treffen. Das ist Arsch. Ich würde mal sagen, machen wir mal Standard. Machen wir mal Analyse. Ich würde es echt interessieren. Wirksam. Wird nach Zufügung einer bestimmten Schadensmenge schon unfällig. Oh. Warte mal noch, warte mal noch, warte mal noch. So, jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal Flammenblitz. Schauen wir sie es einmal an. Mhm. Wir haben leider kein Heiler. Oder haben wir Barrett. Okay, der hat ja Blitz... Wurscht. Jetzt geht's ja aus, jetzt geht's ja aus. Oh. Der hat jetzt gesessen. Wieso kommt der keine Heilung? Achso. Ja, da muss ich Megatrank nehmen. Ja, nimm einmal den Megatrank. Oh. Sofurt, Havaka. Sofurt. Aber kurz wissen. Ein gutes Wissen. Dann muss ich mal wieder den Mutangriff ausnutzen. Mit der Geschock bleibt der Hund. Ja, sehr gut. Sehr gut. Noch ein kleines Stück. Perfekt. 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 So, ich würde jetzt mal sagen, Mutangriff. Tiefer. So, ich soll mal wieder die Übermacht machen. Safe. Vielleicht auch mal kurz ein Wechsel mit die anderen Charaktere. Oh. Bombe, Digi. Bombe. Mach gleich mal maximale Wut. Das wäre nicht schlecht. Die vier machen gleich ein bisschen auch in der Hinsicht weiter. Super. Der macht maximale Wut. Und wir kommen in die nächste Phase. Und hat gerührt. Das habe ich ja wieder vergessen. Der hat ja alle zwei Sekunden die nächste Phase gefühlt. Ah, der hat wenigstens jetzt ein paar mehr Augen. Bin jetzt. Das könnte meiner Meinung nach Fuegas ein Gegner von Resident Evil sein. Aber Fuegas. Wenn ich ganz ehrlich bin. Könnte beinahe zu einem Endkampf von Resident Evil sein. Beinhart. Wenn wir sie ganz ehrlich sagen. So, passt. Perfekt. So, damit ich jetzt endlich mal in die Richtung gehen kann. Einmal wieder. Bitte, danke. Das hat sowieso geheißen. Oh. So, Klaudern tiefer drehen sich in der Luft und greifen gemeinsam an. Verbraucht von MP. Temporär ausgesetzt. Den Gegner. Ja, passt. Schockzustand. Let's go. Let's go. Das sollte doch eine Menge Schaden sein, oder? Denke mir, denke mir. Es sollte definitiv eine schöne Menge sein. Ja, hat mich jetzt tropfen gehabt. Mach lieber den Limiter. Ja, den Kopf. Safe den Kopf. Okay, das hätte ich mir doch vielleicht auch sparen sollen. Das hätte ich mir doch vielleicht sparen sollen, Digger. Das war nichts. Das war leider nichts. Oh, Barrett. Da würde ich mir sagen, dann nimmst du auch mal wieder Feuer. Safe, safe, safe. Jetzt haben wir nur die Schulter an am Start. Jetzt wird es Zeit für Heilung. Auf richtig und richtig. Das ist nicht gut. Vielleicht, dass der ein oder andere mal Hyperheiler nimmt. Ich hätte es sowieso nicht machen können. Dann Barrett mit seinem Feuerstoß. Da bin ich wenigstens eh relativ weit dann. Da kann ich dann auch wieder den Mega-Trank nehmen, sicher, sicher. Oh, wenn es ihm schlägt, Digga. Der Harbour ist gegeschaut. Aufpassen. Da musst du wieder aufpassen. So, gleich wieder Wechsel. Wichtig und richtig. Aha. Damit alle wenigstens ein bisschen was beisteuern können. Ich habe immer gesagt, wenn sie hier haut, oder eine Bieste-Epothe, ist gleich geschockt. Ach, eine kleine Mühe, dann kriege ich doch besser. Da geht man dann meiner Meinung nach ein bisschen zu wehen. Oh. Oh, das ist jetzt... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass wir auf alle Beine so dermaßen hops gehen. Aber doch, ich habe mir noch ein bisschen Abstand. Das, 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 das wird ja schon reichen. Wo ist das? Genau, jetzt, Alter, jetzt, wo es alle in Arsch sind. Bombe. Wirklich Bombe. Jetzt, wo alle wirklich so richtig schön am Arsch sind. Wenn ich den Müll... Das ist richtig unbefriedigend jetzt. So richtig heftig unbefriedigend. Wurscht. Ein bisschen MP. Na, er tut sich eh auch schon wieder verändern. Also, er hätte sich eigentlich fast nichts gebracht. Ja, dann ist eh wurscht. Dann ist eh wurscht. Dann ist es nicht so schlimm. Du Stapel, der Gott, das ist schief. Nur überhaupt das schief ist. Aber ich sag's dir, oder? Wie? Würde man keinen anderen Rest in Evil Gegner kämpfen. Vollgas. Aber vollgas. Digger. Ja. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist eine Verkettung. Hm, weil da tue ich dann wenigstens auch mehrere Sachen gleichzeitig angreifen eigentlich. Theoretisch gesehen. So, ich würde aber trotzdem... Oh, Beschwörung. Ja. 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 Machen wir den Titan. Machen wir den Titan, Leute. Es wird Zeit. Damit wir quasi wenigstens ein kleines Assimermel haben. Auf wichtig und richtig angelehnt. So. Ich würde mal sagen, er macht da mal Heilung. Fix. Ja, am besten wäre, wenn er sich selbst heilen würde. So, tiefer könnt ihr mal quasi die ein oder andere Fähigkeit einmal ausprobieren. Mal schauen, wie der so einkommt. Schauen wir sie es mal an, Alter. Schauen wir sie es mal an. Schwäche hier. Schwäche da. Schwäche überall. Bis dort bei Helfer. Ah, da, Schatz. Da geht schon mal wieder was weiter, Alter. Wahnsinn. Ich habe mich nicht bewegt. Scheiße. So die Dinger kann ich wieder nicht angreifen. Super. Super. Weißt du was? Würde mich jetzt interessieren, wie es fails wird. Weil es müsste eigentlich auch ein starker Angriff theoretisch gesehen. Pff. Voll in die Pappen, Alter. So richtig schön in die Fresse und dann noch einmal Havara. Ui, 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 ui. Pfost. Aber jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Ein Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Wach endlich auf, Cloud. Ich bin hellwach. Wir sind wieder auf Kurs und Steuern planmäßig unserem Ziel entgegen. In Costa del Sol werden wir am frühen Morgen ankommen. Sollen Sie sich auf eine Erholzahre sein, erstrahlt blau im Himmel. Im Namen der ganzen Belegschaft wünsche ich allseits eine gute Nacht. Alter, ich weiß nicht, ob du es so leicht herschlafen kannst und danach. Ich kenne doch...